Applaus Ja, das war die Ketzner-Musik, vielleicht haben Sie einiges erkannt. Es war schön, dass Sie da waren, vielen Dank für Ihren Besuch und nächstes Jahr sofort geliebt. Und nur vier. Applaus Es ist ja heutzutage schon fast jährlich verkabelt. Das letzte Stück gibt es tatsächlich in YouTube. Gebt es immer ein, Christoph Brüttner und Kletzner-Musik und dann kommt es. Und wer die Noten dazu haben möchte, kann das gerne anfordern bei mir. Das gibt es tatsächlich. Das war, es ist zwar noch kein Meister von ihm gefallen, aber es war harte Arbeit, es auszuschreiben und zu notieren. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Ich möchte es immer mit den Konzernen. Das ist mit eines der dankbarsten Stücke. Applaus Das war Herr Brüttner hat auch weitere Dinge mitgebracht, die Sie mitnehmen können. Einmal hier vorne, die schon erwähnten Notenschlüssel. Hier liegen mindestens 50 Notenschlüssel. Bitte bedienen Sie sich, wenn Sie die verwenden möchten, weiter verschenken möchten. Sie hast zu dem elektronischen Grün hier hinten ein für das Geburtstag. Und die Wunder, also alle fragen, für Sie zwei Konzerte, nicht meins Kielkonzerte. Und der Sekundar hat zu unserer Folge Unikate geschaffen, Originale, die hier vorne im Altairraum sind. Wie haben Sie die so schnell gezeigt, Herr Brüttner? Bei uns in Hessen gibt es eine Flasche Hüttelbeine, okay, dann kann das fliegen schneller. Und das hat sich als Geburtwand bekommen. Und Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, dürfen so ein Original, Sie sehen, das ist der Ordenkospekt hier oben für unser Walterorraum, gezeichnet von Christoph Brüttner, mitnehmen gegen eine Schwende. Darum bitten Sie, Sie schenken uns die, Sie haben uns hier mitgebracht. Und das ist zum Erhalt unserer Kirche. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier gleich vorne bedienen. Denn es gibt einfarbige und zwei- und dreifarbige Werke davon. Ja, nur noch viel Vergnügen an diesem Abend. Und geht Sie noch mal an den Spiegelstuhl. Ja, erolten ist mal die Platz, was Sie in den Spiegelstuhl kommen. Komm her, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir beginnen. Wir singen durch Christoph Brüttner, der Schriftbörger, die erste Stufen. Sie werden es auswendig können, habe ich einen Anruf auf die Nummer an der 70er. Eine Strophe, bitte mit Sie.